Hallo, ich bin die Sabrina Bosco. Ich bin die Teamleitung von der zentralen administrativen Patientenaufnahme hier im Klinikum. Alle Patienten, die stationär zu uns ins Klinikum kommen und einen geplanten Termin haben, die laufen eben über unsere Patientenaufnahme. Wir sind jetzt sehr zentral am Eingang gelegen. Wir sind quasi der Eingangsbereich vom Klinikum. Jeder findet uns sofort. Wir haben Ruhe für die Patienten. Es ist nicht mehr so laut. Wir haben schöne, helle, große Räume. Wir haben Tageslicht und wir haben natürlich einen riesengroßen, schönen Wartebereich, der auch erstmals räumlich sehr weit von der zentralen Notaufnahme getrennt ist. Das hat sich vorher so ein bisschen gemischt. Die Patienten wussten nicht genau, bei welcher Anmeldung sollen sie sich jetzt melden. Durch die gute Strukturierung jetzt passiert es, denke ich nicht mehr, dass die Patienten falsch laufen. Gerade unsere onkologischen Patienten, die kommen ja wöchentlich. Da hat man schon gesehen, die haben sich jetzt richtig mit uns mitgefreut. Die kennen unsere alten Aufnahmeräume und die sehen jetzt natürlich auch, wie wir die neuen Aufnahmeräume finden. Wir sind ja auch positiver gestimmt, wenn wir morgens auf die Arbeit kommen. Das merken die schon auch. Man munkelt, wir hätten den schönsten Arbeitsplatz im ganzen Klinikum. Ab dem 15. Oktober übernehmen wir hier die Anmeldung für die Geburtsanzeigen für alle Neugeborenen hier bei uns im Haus. Neugeborenen ist immer was Schönes.